Hallo, ich bin Dimitri, ich bin der Logistiker Lehrling hier in der Nestle Fabrik Konufingen. Ich möchte dir diesen Beruf heute ein bisschen mehr vorstellen. Kommt doch gleich mit! Jeden Morgen, wenn die Bahn bei uns ankommt, führt die Eisen an den richtigen Ort hinzuführen und schließt sie aus und aus. Ich bin dazu verantwortlich, dass die Ware an den richtigen Ort herkommt und dass alle Ware, die ausgeladen werden, geprobt werden. Bei uns pro Tag 2-3 Bahnwege. Wenn die Ware bei uns ankommt, wird es mit dem Lieferschein kontinuiert. Wenn das ein Preis stimmt, wird die Ware mit dem SAP eingebucht, sodass wir jederzeit schauen, wo die Ware ist. Das, was du in diesem Film siehst, ist nur ein kleiner Einblick in meine tägliche Arbeit. Weiter kann man bei uns auch noch ins Rohstoffmagazin und dort wird die Ware zusammengeführt oder zum Beispiel in Expo. Das Kulste an meiner Lehre ist natürlich der Stapenfahrt. Auf meinen Lehrbetrieb, Nesseln bezogen, ist es so, ich kann als Lehrling alle Abteilungen besuchen und dazu wird gerne gut für mich gut. So, das war's von meiner Seite. Jetzt bist du umgezogen. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über deine Bewerbung freuen. See you zusammen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020